Wie leid dich abholen? Das kann nicht sein. Ich hab die Mutterwoche mit Option auf Verlängerung, Meister. Na, die Veranstaltungen auf dem Theater, das sind nicht zum Hinschauen. Das kannst du laut sein. Das kann ja auch nicht sein. Ernst sein. Vielleicht wirkt sich das ja positiv auf deinen Noten. Unsere Noten aus. Der Typ ist 40. Was braucht ihr in dem Alter bitte noch zu poppen?